Das Zimmer der Wunder Und ich finde den Titel einerseits passend, andererseits immer ein bisschen schade, weil er doch sehr kitschig klingt und ganz komische Fantasien auslösen könnte, was das hier ist, irgendwie Fantasy-Film oder sonstiges. Und eigentlich ist der Film in seiner Basis sehr ernst zu nehmen und für mich als Elternteil sogar noch unerträglicher. Wir haben eine Mutter in der Hauptrolle, alleinerziehend, die heißt Selma und sie hat einen Sohn namens Luis. Ob das so als Anspielung gedacht ist, weiß ich nicht. Leider beginnt, passiert in den ersten paar Minuten ein tragischer Unfall, bei dem Luis von einem Auto angefahren wird und ins Koma fällt. Und Selma muss dann eine längere Zeit erleben, wie sie hilflos neben dem im Koma lieben liegenden Luis sitzt, nichts machen kann und dann hat sie auf einmal eine Eingebung. Luis hat in seinem Tagebuch eine Liste stehen mit Dingen, die er unbedingt mal machen möchte. Und als sie erfährt, dass sich eine dieser Sachen von selbst erledigt hat, die Entschuldigung bei dem Klassenkameraden, und sie ihm davon erzählt, zeigt er Lebenszeichen. Deswegen hat sie auf einmal die Idee, wenn sie jetzt alle Dinge, die er auf seiner Liste hat, für ihn erlebt und ihm dann davon berichtet, so kann sie ihn zurückholen. Das Ganze ist also für mich eine Mischung aus zwei Filmen, nämlich zum einen die wunderbare Pilgerreise des Harold Fry, der ja auch so zum Thema hatte, dass jemand im Sterben liegt und ein anderer sagt, ich werde jetzt einen Marsch machen und solange ich marschiere, kann diese Person nicht sterben. Es lässt sich jetzt nicht allzu sehr mit der Realität vereinen, aber wie jemand, um das Unerträgliche greifbar zu machen, sich so etwas ausdenkt, kommt mir bekannt vor. Und das andere ist natürlich die Situation von während du schläfst, sprich eine Hauptfigur liegt im Koma und die Handlung spielt drumherum. Und auf dieser Basis, die Mutter erfüllt die Wünsche des Sohnes in der Hoffnung, ihn wieder aufwecken zu können. Ja, auf dieser Basis geht dann so eine Art Mini-Episodenfilm los, weil der Junge hat ganz unterschiedliche Wünsche und es sind dann so kleine Kapitelchen, wo sie Trips unternimmt oder Aktionen, um eben diese Wünsche zu erfüllen. Zum Beispiel wünscht er sich ein Autogramm von einem Künstler, dummerweise gibt der keine Autogramme und so muss Selma da dann eine sperrige Reise weit in die Welt unternehmen. Und es gibt noch einige andere Punkte. Und alles in anderem, ja, es ist ein französischer Film und das ist etwas, was ich euch jetzt schlecht vermitteln kann. Wenn ich jetzt sage, Leute, Hammertal, unbedingt anschauen, französische Filme kriege ich nur an ein entsprechendes Publikum vermittelt, das so etwas von Grund auf auch sehen will. Weil ich erlebe den Effekt meistens, dass ich so einen Film in der Sneak-Preview sehe. Sobald da Présente steht, springt der halbe Laden aus und rennt raus. Aber es gibt auch Leute, die diese Filme schauen, sonst würden sie ja nicht immer in Deutschland rauskommen. Und ich glaube, wer sich halt für diese Art von Film begeistern kann, kriegt ja auch genau das, was er haben möchte. Denn die Grundthematik ist bierernst, aber der Film ist nicht bleischwer. Gleichzeitig hat er aber doch emotionale Momente und im Grunde lässt er einen mit einem Fragezeichen. Denn es gibt ja Filme, wo man schon an der Stimmung und so weiter absehen kann. Das hier wird definitiv ein Happy End oder das hier wird nicht besonders schlimm. Und bei diesem hier schleicht sich dann im Laufe der Reise, die die Mutter unternimmt und der Dinge, die sie tut, auch ein, dass sie sich mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen muss. Und irgendwie könnte auch angedeutet werden, oder zumindest blitzt es zwischendurch durch, was wäre, wenn man sich verabschieden muss und das Ganze nicht gut ausgeht. Und das alles in allem ergibt einen im Thema eigentlich krassen und bleischweren Film, der aber in seiner Umsetzung und sonstigem nicht federleicht, aber zugänglich erscheint. Keine falsche Show, keine falschen Emotionen und auch mit einer kompakten Lauflänge von knapp 100 Minuten. Ja, ich konnte am Zimmer der Wunder eigentlich außer diesem furchtbaren deutschen Titel nichts beanstanden. Und wie gesagt, ich kann solche Titel nicht empfehlen, im Sinne von geht da rein, aber als reinen Stempel auf dieses Ding gebe ich 4 von 5 Punkten. Wie seht ihr das? Seid ihr solche Fans von französischen Filmen? Findet ihr die Thematik interessant oder ist das komplett gar nichts für euch? Erzählt mir das doch mal in den Kommentaren unter diesem Video. Ansonsten könnt ihr wie immer gerne einen Daumen da lassen, gerne ein Abo und wir sehen uns gerne zur nächsten Kritik. Macht's gut, bis dann, ciao! Outro